hallo hallo wir sind hier bei dem big boys an meiner seite der coole süß aussehende in jeans tragen sag was du vorhin gesagt hast raffi von wild yarta sag was du vorhin gesagt hast das ist der trauerseel von sick and destroy sag was du vorhin gesagt hast dass du der süßeste boy bist nein jeansjacke sieht man jetzt nichts und jeanshose jeansjacke jeanshose rapper azubi like billig das meine ich nicht und diese komische bauchumhängetasche die nicht unter dem bauch hängt geht nicht ich habe keinen bauch aber ich finde es trotzdem cool dass du heute mit mir diese sendung machst machst wie fangen wir an mit einem frage satz raffi wie bist du eigentlich zum gitarre spielen gekommen das hat mich schon immer interessiert aber genau dieses gespräch hatten wir schon ist ja egal aber das wissen die nicht wer sind die ja die was du jetzt die frage ist wenn interessiert das wirklich also wenn es den jörg und den beta interessiert finde ich das cool wenn interessiert das interessiert das na gut also dann bist du auch da durchs über schuld ich bin zum gitarre spielen gekommen in dem ich ja ich sag's ja das ist wichtig und die nächste frage ist wie wie schreibt ihr eure songs fuck das ist so uninteressant wirklich aber wie machst du das wie machst du also ich weiß wie du es machst wie mag ich gar nicht warum das fragen wir den florian ok fragen wir den florian wir rufen jetzt an florian zahlmann dürfen wir anrufen den telefonjoker machen schon wie sie genervt sind wie der jörg genervt ist na sicher das funktioniert wurde schon getestet na gut ich rufe den florian an aber ich weiß dass der liebe traus mut dass der dass er keine sorgen schreibt weil sonst würden sie schon längst songs aufnehmen nämlich bei bei wehen bei rafael von will die harte na gut ich rufe jetzt wirklich an naja in der zwischenzeit erzähle ich wie ich zum gitarre spielen gekommen bin ich habe in der schule rockmusik gehört und dachte soll ich in die kamera reden oder zu euch weil euch interessiert es ja nicht die leute also zu dir kommt das ins licht schon ich habe in der schule rockmusik gehört und mir dann eine gitarre gekauft welche rockmusik misfits und iron maiden bla 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 traf ihr heute schon auf bodem und jetzt wird echt fragen wie die weg gedrückt hat ich bin froh dass wir empfangen weil jetzt red der salmer nicht ich schaut netz aus ich glaube der ist noch betrunken die waren gestern unterwegs aber der salmer trinkt ja nichts der ist jetzt master das war eine lüge wie gewünschter teilnehmer ist derzeit nicht erreichbar na gut wie bist du zum gitarre spielen gekommen das würde mich wirklich interessieren weil im kohlgraben weiß ja nicht mich wundert dass sie dort damals du warst dort noch nie ich bin schon mal reingefallen in das tiefe loch bei uns war das eigentlich ganz easy cheesy der herr florian salmer schlagzeuger an meiner seite ein lieber kleiner junger der gerne kebabs genuss zweigelt der und ich weil mein vater schon immer gitarre gespielt hat haben wir gesagt wir wollen jetzt auch gitarre spielen lernen von dem kenn ich auch geschichten naja dann sind wir geguckt fünf minuten haben keinen geacord greifen können und gesagt fuck it nein danke wollen wir nicht dauert zu lang zwei jahre später hat der florian zum weihnachten ein schlagzeuger kommen und gesagt der florian spieler immer gedacht du lernst jetzt gitarre ok so entstand ja so ähnlich der anfang von sec and des so ähnlich was für mir auch glaube ich aber das ist schon urlang her das interessiert wirklich niemanden also ich kann keine story erzählen von wegen ich bin aufgewachsen in einem haushalt wo die leute wo mein vater und die beatles und dann habe ich die cd rausgenommen und die beatles haben bei dir gewohnt nein bei mir hat mein vater gewohnt bis sich meine eltern geschieden haben dann dann habe ich angefangen metal zu hören metal seit welchen meister musik rein was jetzt kriegst du ist es was alle youtube videos haben diese dräne des glas was da gerade das wasser in die musik oder der instagram fällt damit die blätter ja so ist das heute was war die frage welcher gitarrist du so interessiert hat früher keine ahnung ich kann mich erinnern ich kann mich erinnern ich habe damals gab es noch mtv live kennst du das noch und da war bei dir übrigens zum metall kommen wir haben eigentlich probieren noch schlümpfe und so hat gar techno gern ja das ist sogar wahrscheinlich wahr weil ich auch also ich habe sogar schlümpfe cds banane irgendwas diese banane cd die habe ich wurscht ja ja die gibt es jedenfalls ich kann mich erinnern ich habe irgendwann padel of mud der typ ist wirklich eine legende also das ist durchziehen jedenfalls padel of mud live und ich kann mich erinnern ich sehe so dass diese typen irgendwas in der hand halten beim gitarre spielen und ich glaube das hat mich dazu gebracht das ist ein black drum bei der da hat sich meine mama gefragt habe hey darf ich auch black drum und so und was hat der mama gesagt wer sind sie da hat meine mama gesagt ja weil die waren schon geschieden meine eltern und dann aus der collins gekriegt ja wirklich ja ich schwörs eine sg eine sg ich wollte eigentlich eine acryl weil die erste metal band war slipknot ich wollte die roh die hat is kank den klaren frage acryl bis rich die war vor kurzem will haben wir 450 euro drin aber die kann ich ja nicht ansprayen lassen vom vintage mein erstes schaut hat mein einziges schaut und macht sie das noch winch der vintage muscle cars ich weiß du meinst den barben sprüher der alles bei dir lila macht hast du nur lila farben oder kannst du auch was anderes ich habe es gesehen du kannst auch was anderes er hat jetzt die er hat jetzt die die busy rich von clemens hat er in surf green habe ich gesehen aber surf green busy rich an die leute da draußen ist eine sehr zackige gitarre und in surf green schaut sich sehr arg aus das interview ist jetzt beendet auf wiedersehen wir holen peter ich will den florian salmer dazu holen jedenfalls wo waren wir leute was interessiert euch noch ihr zwei die werden jetzt nicht zurückreden ich meine ich glaube wir reden jetzt mit euch erzähl du noch irgendwas was willst du was wolltest du hast ich weiß nicht ich kann mich erinnern der alvin hat mir damals seek and destroy gezeigt bekanntlich das schon aus dem internet alvin salmer zu messe keine ahnung wie man den nackenamen ausspricht genau alvin shout out to the only alvin in existence der hat mir das gezeigt seek and destroy irgendwie nova rock so diese erste no rock show die ihr da gewonnen habt das war eher wiesen ja wiesen und ja beeindruckend findest gibt es natürlich auch auf youtube zu sehen wir werden ganz andere anekdote packen wir die anekdoten aus der helden war da kannte ich euch noch nicht so und da wusste ich aber schon seek and destroy bla bla und da habt ihr diese diese eigentlich diese erste nova rock show gespielt nova rock tatsächlich und da war das mit bring the horizon schloss nicht sagen weißt du das nicht du musst doch antworten wir führen ein gespräch du führst ein monolog junger mann du musst antworten ja da hat es etwas gegeben was war da erzählen da haben wir nämlich einen cool song gespielt der nennt sich golden schauer warum warum lachst du jetzt hinter dem bildschirm suchst du gerade auf pornhub golden schauer ja und wir haben halt die setlist liegen gelassen und irgendwann mittendrin wie diese besagte band einerseits gespielt hat haben sie halt geschrien hey wir sind sick and destroy der next song is golden schauer irgendwer hat das ja gefilmt und danach wurde mein handy im minutentakt angerufen hast du das gehört oh mein gott hast du das gehört was da passiert oh mein gott ja geil 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 auf jeden fall coole typen was ist die story zur golden schauer was ist die story zur golden schauer erzähl mal der name ist programm erzähl ich kenne die geschichte darf ich erzählen ja du trau dich wirst du nicht angezeigt von deiner frau ich warum soll ich angezeigt werden ach du meinst die geschichte jetzt verstehe ich habe mich gerade angerotzt und ich bin schon 75 prozent von sick and destroy also genauso sind 76,33 irgendwie keine ahnung klaus hat nämlich nicht so viele rechte an der band deswegen hat er auch nicht so viele prozente wie wir ja da florian und ich waren mal im urlaub auf einem spring break in kroatien es waren alle sehr betrunken was natürlich logisch ist und da haben sie sich gedacht weil ich war dann schon wirklich sehr beieinander und habe nicht mehr ausgegangen bin zurück ins hotel gegangen und sie wollte mir eine überraschung mit ihnen und da haben sie mir eine dame mit nach hause genommen ja hat mir jetzt nicht so gedacht und habe gesagt nein selber gehört dass du oder und dann waren wir weiter saufen sie war wie immer noch da und bei unserem klo und so und dann ist sie halt raus gekommen naja wenn mich wenn mich schon niemand möchte dann brumst du mir einfach an ja das ist sieg und destroy also wenn sogar die sieg und destroy burschen in dem moment ist wirklich jeder wieso war zu 7 im zimmer und jeder da was ist das epic story epic und der song ist aber wenn wir dann eine telefonnummer von anderen haben wir von uns geben und der hat dann ein bisschen ja dem hat es öfters angerufen war lustig also ja ja da war schlechter sind wir das ist klar aber die nummer ist auch gut so wir müssen ja okay wir müssen ja seriös bleiben höre mich müllhansa so fängt die nummer an also na oder was ist denn sie nummer die gibt es nicht auf spotify in spotify also du bist spotify aber da gibt es das klappt und seine supernummer und die cd kaufen gehabt sehr sicher nicht einmal du sieg destroy punkt ad und da kannst du schon dann die cd bestellen oder was ich habe 50 kartons daheim warum weil ihr damals dachtet na das problem ist es gibt immer diese staffelpreise bei produktionen und ich verstehe deutsch ok aber wieso tatet ihr dies weil es günstiger war weil ihr dumm war viele cds zu produzieren als einen bruchteil davon und jetzt wurscht gut aber das lied hat ein ziemlich geiles mit welches eine diese die 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 dieomi Humans god ding ziemlich welt bis tag hat 8 und einzug insgangs also nicht nur weil und jetzt ganz aber es geht tatsächlich nur am Also wie bei Sepultura, Attitude. Hast du Sepultura gehört? Prinzipiell sind wir mit Sepultura in die ganze Metal-Geschichte. Also Sepultura, Cannibal Corpse, du hast eben gesagt, du hast MTV. Damals hat's MTV noch jemand, da waren wir beim Florian zuhause und haben MTV gehört. Und auf einmal kommt da Cannibal Corpse und wir haben sowas nicht gekannt. Und auf einmal nur, oh mein Gott, das ist das, geil. Seitdem sind wir böse Jungs und machen böse Musik. Aber ihr seid jetzt seriös, oder? Seitdem der Klausi da einen Albtraum hatte, oder? Ja. Nein. Achso. Okay. Der Klaus wollte das so, wir sind dann rechtlich mit Anwälten da vorgegangen. Der Klaus lässt sich jetzt urbecken, wie kann der seriös werden wollen? Der will nur, dass seine Oma ein bisschen, der will seine Oma noch ärgern. Dann lässt er sich den Batman draufbecken? Ja. Er ist ja der Batman. Wow. Okay. Ich mein, entderbt ist er schon, also das war's dann eigentlich mit dem Ganzen. Zeig mal rein die Dose. Ist er? Von der Oma? Ja fix. Ich mein, schaut er den an, wie der ausschaut, wie ein Hefenbruder. Schau geht an. Was ist mit meinem Hefenbruder? Hast du den schon mal gesehen? Nein. In Natura? Was für ein Hefenbruder? Mein Sänger von Wild Yata. In Natura noch nicht, nein, aber der schaut auch wieder aus. Das heißt, der wird Hefen, raus, wieder Hefen, raus, wieder Hefen, so schaut der aus. Das ist auch geil. Aber italienische Hefen, also richtig so. Und da gibt's einen Pasta zum Mittag und so, Spaghetti, Lasagne und so. Ja. Fett. Immer nur Prosciutto zum Frühstück. Das ist auch mein Hefen. Ja. Egal. Aber wenn ihr mal eingesperrt werdet, ihr wollt nach Italien. Ja. Wahrscheinlich. Aber ich hab gehört, der ist auch festgefasst und der Lockdown und so, der hat ja da nicht aufgekommen dürfen. Ja. Wie war denn das dann mit Brom und so? Ist ja auch schaust, oder? Ja. Ja. Also es gab einen Delay. Also dieses Jahr haben wir ein paar Sachen gemacht und wir wollten das schon früh machen, so wie jeder andere auch und in unserem Fall ging das halt wirklich nicht, weil er festgesessen ist. Im März, wie das begonnen hat, war es irgendwie so, dass wir gerade noch was aufgenommen haben. Also er, da war er eine Woche da und der ist dann am Sonntag heim und am Dienstag, weil damals war es ja in Italien zuerst und ich kann mich erinnern, dass er am Sonntag heim im Zug und am Dienstag war bei denen Rambazamba alles zu. Das heißt, da haben wir Ursa gehabt, aber ja, wir hatten dann noch andere Sachen geplant und die konnten wir erst jetzt fertig machen. Also zum Glück jetzt fertig. Einmal. Ist das Holz? Das ist Holz, ja. Okay. Sperrholz. Das ist Holz, das ist nicht Aluminium. Ich glaube, da gibt es ein paar Aluminium Gangster in dem Haus, oder? Ja. Ähm. Ja, blablabla. Alles gut. Wild Theater macht Musik und wird bald was. Und wie seid ihr auf den Kulnaumer Wild Theater gekommen? Jemand hat uns was zum Rauchen angebieten. Angebieten? Ja. Wo kommst du her? Ich komme aus Österreich, 12.10. Ja, in Österreich waren wir klar, 12.10 wollte ich noch wissen. Ja. Okay. Was tut er? Werbung. Das wird strafrechtlicher Erfolg. Interessiert mich nicht. Trägt deine Maske? Uns filmt ja zum Glück eh keiner. Hä? Ja, sein Bad ist die Maske. Trägt deine Maske? Ähm. Das ist eine echte Legende. Bob Ross. Shoutout to Bob Ross. Liebt er noch? Nein. Und deinem Herzen? Glaub nicht, ja. Und deinem Herzen? Das war nämlich der Grund, warum wir so ein Shirt gemacht haben. Ich hab das Shirt designt. Hab's der Band gesagt? Die Band sagt... Naja, ich weiß es nicht. Die Band sagt... Dann haben wir jetzt ein Shirt gebracht und ich hab wieder mal ausgepackt. Ich hab doch was fertig. Da, das können wir nicht mehr. Wow, das ist mega. Oh mein Gott, das nehmen wir. Das hab ich euch vor fünf Monaten schon gesagt. Wirklich. Danke. Ja, aber die dran kriegen, ja. Ja, das sind Alkoholiker und... Aber was ist mit dem Mario Kart Shirt? Das ist auch geil, oder? Das ist mega. Das war super, weil... Weißt du... Ach, du bist erster bei Mario Kart. Ich hab eine... Bananepaar. Ufen. Ja, Ufen. Super. Was ist mit dem... Mit dem... Shirt? Das gibt's nicht mehr, gell? Welches? Naja, dieses... Seek in the Shirt, Seek in the Shirt... Diese kleinen... Oh ja, das haben wir gestern sogar auch gehabt. Ja... Gibt's das noch für mich? Was hast du denn für Größe? Willkommen beim Mode-Blog. Wir shoppen für Raffi. L? L? Ja, das haben wir sicher noch. Ich poste das auf meinem Instagram-Account. Auf meinem Mode-Account. Ich hab ein Mode. Das ist ja in Wahrheit Mode-Ding. Wirklich? Wie hast du denn Raffi? Wild Yarta? Cool. Also ich werde das jetzt so weit bringen, dass die Band so erfolgreich ist, dass ich dann irgendwann mal mit Mode durchstarte. Und im Dschungelcamp dann... Fuck. Der Plan ist tatsächlich, von wegen österreichische Metal-Scene ein Dschungelcamp zu machen. Und nur österreichische Bands einladen? Ja, das wäre wuffett. Wen darfst du da gerne eine holen? Also dich. Den Salma. Den Viktor. Den Matt. Ich würde den Jörg auch noch mitnehmen, weil der ist zur Zeit eh nix. Der guckt auch gut aus mit Raffi. Der Jörg ist viel zu konservativ. Das Problem beim Jörg ist, dass die Leute... Jörg hat mittlerweile so einen Influencer-Status. Man kann das Influencer nennen. Also... Jörg ist der Crime, ne? Was willst du mir sagen? Dass die Leute im Dschungelcamp, glaube ich, dann zu sehr auf dem Jörg hören würden. Also genauso wie es passiert auf Social Media. Jörg braucht auch Geld. Den können wir gerne mit einnehmen. Jörg braucht überhaupt kein Geld. Sicher. Hashtag kein Geld für den Jörg. Was ist? Also das, ja. Wir graben in der Kiste. Die Leute überlegen, da war doch was. Darf ich anfangen? Ich weiß, wie viele Leute mir geschrieben haben. 20 Leute... Nein. Dass ich ranten soll. Achso. Wirklich? Ja. Mach einmal. Über was? Über die Szene? Ja. Das war doch einfach eine Frage, oder? Achso. Ja, aber dann darfst du nie wieder in Österreich spielen, wenn du jetzt so etwas aufzählst. Wir können alle nie wieder in Österreich spielen, weil... Im Kulkram kannst du von mir spielen, wenn du es willst. Das ist ja nicht Österreich. Das ist ja nicht Österreich. Stadt, Stadt. Ja, ja. Cool, graben. Merkt ihr das? Jedenfalls. Bis deppern, das war eine Ansage. Bis deppern. Überhaupt nicht sehr cool. Also ich weiß schon, wer kann sich in Test-Refotos mit dem Oben darf. Ich weiß. Jörg Wager. Ein Traum zerplatzt. Er hätte noch so viele Ideen gehabt. Jedenfalls. Ja. Was geht denn zum Reisstander Musik? Was mir auf die Nerven geht, ist, dass es keine... Also dieses Seen, Austrian Seen, wir nie Seen und so weiter. Geh mir auf die Nerven, weil es keine Seen in dem Sinn ist, sondern es ist nur Freundschaft. Es ist, jeder ist mit irgendwen befreundet und das ist okay, aber dann soll man es nicht irgendwie Seen nennen. Das ist mein großes Problem damit. Und ich glaube und ich weiß, dass viele Leute mir da komplett zustimmen, aber keiner traut sich es zu sagen. Im Endeffekt ist es auch Wurscht, weil es eben Wurscht ist. Aber das ist mein Problem damit, dass es keine Szene ist in dem Sinn. Oder was ist eine Szene? Ich will jetzt sagen, ich habe keine Ahnung, was eine Szene ist. Aber es geht vielmehr um, wer es mit wem befreundet. Und das ist auch total okay, weil du unterstützt den, mit dem du befreundet bist. Und oder, was du cool findest. Aber so dieses Krampfhafte, ich würde es anders benennen, wie gesagt, um jetzt noch nett zu bleiben. Also support your scene. Ich supporte, aber ich supporte nicht auf Krampf. Oder wenn ich auf irgendwelche Konzerte gegangen bin im Jahre 1900 irgendwann, wie noch nicht Corona da war. Und du weißt... Ich rede... Ich bin 95. Damals, als es noch Konzerte gab und du triffst irgendwen und die Leute kennen sich je, weil jeder ist mit jedem auf Facebook befreundet. Und dann ist es so, ich weiß nicht, wo du bist. Jeder macht das. Wirklich? Was wirklich? Ist dir noch nie passiert? Nein. Na gut. Jedenfalls, diese... Oh, ich verstehe schon, was du machst. Diese Heuchelei ist ein bisschen... Keine Ahnung. Darf ich cursen? So wie ich es tue? Oder kommt dann die Falafel-Polizei? Nein. Okay. Bislang ist nicht gesegnet den Dön aus. Ja, aber dann kommen irgendwelche Kommentare. Falls es irgendwer schaut. Offensichtlich kommen die Kommentare. Ja, aber halt so... Ja, aber halt so... Ja, so Kommentar-Warrior, die halt, die dann auf Englisch sich gegenseitig befeuern. Das ist auch eine Sache. Ich... Wofür ist das Ding hier da? Wofür? Dass ich schimpfen darf? Sehr gut. Ja, diese Leute sollen mich alle anrufen, die finden, dass ich nicht recht habe. Die Nummer gibt es dann unten? Die Nummer gibt es dann unten. Bitte. Die sind eh alle mit mir auf Facebook befreundet. In Wahrheit. Und auf Instagram und wie auch immer. Aber ich weiß, dass die Leute, dass ich recht habe und dass die Leute das genauso sehen. Und ja, in Wahrheit interessiert es niemanden, wie ich meine Songs schreibe. Also ich kann das gerne erzählen. Aber... Warte mal, weil wir gerade bei dieser Szene-Geschichte haben. Was mir aufgefallen ist, was ich auch ein bisschen blöd finde, ist, früher war es so, du gehst auf Konzerte, weil du kennst den. Das habe ich von dir. Deswegen schaust du dir die Show an. Gehst hin, taugt dir eine Band, schaust du an. Hältst dir doch kein so vor, wie wenn es nur mehr darum geht, ich muss auf eine Show von irgendeiner Band gehen, die ich zufällig kenne, weil sonst kommen ja die auch nicht zu meiner Show, weil wenn ich nicht auf seiner Show war, kommt ja er auf meine Show auch nicht. Das habe ich schon oft mitgekriegt, weil... Schau, das Problem ist... Wenn du nicht überall präsent bist, naja, dort gehe ich auch nicht hin, weil der war ja bei mir auch nicht. Das Problem ist, ich finde zum Beispiel dieses Big Boys Ding ist mehr geil. Obwohl keiner mehr big ist. Nichts, weil ich nicht... Was? Obwohl keiner von den beiden mehr big ist. Ja. Blatt und geil, merkt ihr euch das? Aber das Ding ist, big Shoutout an meinen Bro Mario, dass die... Wer ist der Mario? Leute glauben, in dem Moment, wo sie hierher kommen, dass sie... Dass sie auf einmal... Weiß nicht... Dass sie interviewt wurden. Und das ist quasi... Der Sprung für... Oder der Sprung... Wo auch immer hin. Die Ziele sind ja verschieden. Jeder darf ja Musik machen oder eine Band haben aus einem... Grund... Wo... Was auch immer. Aber... Ähm... So niemand interessiert sich dafür... Ich rede von den Bands, die da halt jetzt so waren... Wie wir unsere Songs schreiben. Wie wir unsere... Keine Ahnung... Das interessiert doch niemanden. Warum machst du Musik? Das interessiert vielleicht eher die Leute. Das interessiert doch niemanden. Das interessiert doch niemanden. Das interessiert doch niemanden. Mein Problem ist, dass die Bands... Ähm... Schauen sollten, dass sie... Weiß nicht... Arbeit vorleisten und dann zu Big Boys gehen und... Verstehst du, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Ich ja. Es ist ein Alibi... Ein Alibi Handeln. Nicht Big Boys Podcast, sondern dass die Leute... Also ich finde es gut, dass die Leute herkommen, weil sonst gäbe es das ja nicht. Aber ich finde... Weiß nicht... Die Bands müssten... Froh sein, dass es das gibt. Und noch mehr reinhacken. Und... Ich zähle mich dazu. Aber... Weiß nicht... Support your scene oder sonst... Dreht sich das alles im Kreis und... Du musst... Was ist das Ziel? Keine Ahnung. Um was geht es? Geht es um was Soziales? Dass wir... Ich weiß nicht... Eine Szene haben und dann... Können wir gegenseitig unsere Facebook-Dinger sharen und so weiter? Oder geht es darum, dass du... Ich meine... Keine Ahnung. Mir geht es darum, dass die Leute... Außerhalb von Österreich, von Wien, von dieser Szene... Hören. Und... Wenn... Wenn nur so Alibiarbeit passiert, dann... Geht nichts weiter. Und... Es ist zart und es ist Arbeit. Und... Schreibt alle dem Viktor, weil der kann euch... Das meine ich jetzt nicht sarkastisch... Der kann euch allen dann... Keine Ahnung... Theoretische Videos schicken oder Infos geben... Wie man... Nicht wie man das macht, aber... Also... Ansätze dazu. Und... Ich finde es geil, dass der Peter zum Beispiel... Und du auch... Ich sehe den Peter aber trotzdem noch mal... Als was anderes, weil du stehst... Der Peter steht nicht im Vordergrund. Der Peter... Du hast selber auch eine Band. Ähm... Aber... Dass der Peter und du auch... Dass ihr das macht, dass es das gibt... Ist geil, aber... Die anderen... Also die Bands, die eigentlich das füttern sollten... Fütterns nicht, habe ich das Gefühl. Weil... Dass wir... Das ist sogar wie... Ich meine... Sick & Destroy sehe ich sogar... Sehe ich sogar als... Noch die... Die interessanteste oder... Worth... Das sitzende Band... Ähm... Hallo... Die ganzen anderen Bands... Und das ist kein Dies oder so, aber... Ja... Wer interessiert das? Also... Noch... Einfach... Diese Arbeit wurde noch nicht geleistet. Dass es jemanden interessiert. Sick & Destroy hat einen Status. Sick & Destroy... Auch noch nicht international und so weiter. Aber Sick & Destroy... Ist mit Sicherheit... Und jetzt sage ich es zum ersten Mal... Die beste... Österreichische Metal Band. Aus verschiedenen Gründen. Und... Das ist meine Meinung... Und das sind meine... Gründe, die ich da habe... Für so eine... Für so eine... Ähm... Für so eine Konklusion. Aber das ist... Sick & Destroy macht gute Musik. Sick & Destroy ist tight live. Sick & Destroy macht das schon lange... Und haben noch nie Bandmember gewechselt. Ähm... Ja... Weil das auch immer so... Keine Ahnung. Und... Deswegen... Mein Problem ist, dass die ganzen Bands... Feiern sich, dass sie... Weiß nicht so... Das ist... Das hier gibt es... Und die Bands nutzen es aber nicht richtig. Und ich kann auch nicht wirklich sagen... Wie man es anders machen soll. Weil da geht es darum... Weil die Frage ist... Wie wird man... Wie bringt man eine Band aufs nächste Level? Und das ist alles so theoretisch... Dass wir noch drei Stunden sitzen können... Und da wäre es gescheiter, wenn da noch vier andere Leute sitzen. Weil dann kann man sich noch besser austauschen. Aber... Ja... Keine Ahnung. Interessiert es irgendwen, wie der Raphael von Wildeater seine Songs schreibt? Nein. So viele Follower haben wir nicht. So viele Leute... Hören die Musik nicht. Leider noch nicht. Aber... Ja... Keine Ahnung. Deswegen... Die Folge ist wichtig, weil... Wir können noch... Ich weiß nicht, wie spät es ist... Aber wir können noch Sick & Destroy Anekdoten auspacken. Naja... Magma. Also... Jetzt musst du mal was reden, oder? Ich muss was reden? Ja. Okay... Ja... Hahahaha... Harte Worte von Herrn Raphael von Wildeater. Ja, Alter. Das ist noch gar nichts. Da passt schon viel. Für das gibt es das eben, dass man da mal Klartext redet. Das ist meine Meinung. Auch damals dieses... Wenn wir schon bei der Szene sind, was mich... Also, mich, das ist jetzt... Was mich persönlich leicht stört, ist eben das... Generell österreichmäßig, sage ich mal. Oder... Kling... Oder was sagst du dazu? Klingt fast jede Band mittlerweile schon gleich. Nein, das würde ich nicht sagen. Finde ich ja. Okay, sagen wir drei Bands, die gleich klingen. So. Sag es. Sag es, Alter. Oder schreib es mir, ich sage es. Sag es, bitte. Sag es. Was mir leicht nervt, ist eben, dass... Seitdem Architekt das vorige Album ausgebracht hat, klingt fast jede zweite Wiener Band. Ah, ich muss jetzt... Puh, ich muss jetzt nach Architekt klingen. Sound teilweise fast exakt. Dann immer diese Synths im Hintergrund. Aber diese Architekt-typischen Synths, was jeder verwendet mittlerweile. Und da finde ich irgendwie... Okay, aber es ist schön, wenn es dir jetzt taugt und du machst das jetzt genauso, aber... Das würdest du doch deine Eigenständigkeit als Musiker bewahren, sage ich mal. Und nicht schauen, dass du jetzt so wie die klingst. Ich würde nicht sagen, dass du das irgendwer vielleicht macht, weil es jetzt so ist. Aber... Wenn jeder gleich klingt, dann wird das ein bisschen schwierig, ne? Wer? Sag es. Sag es, Alter. Sag es doch. Schau. Ich finde, es gibt... Ich kenne auch nicht alle Bands, aber ich finde... In Wien oder in dieser Metal-Scene oder diese... Ich share deine Sachen, du sharest meine Sachen. Gibt es tatsächlich auch gute Sachen. Und mit gut meine ich nicht nur, dass die Musik gut ist und so. Weil das ist Geschmackssache. Wobei ich der Meinung bin, dass es objektive... Objektive... Wie sagt man? Objektive... So eine objektive Bewertung gibt, ob was gut ist oder nicht. Bitte... Keine Ahnung. Ja, whatever. Aber das ist meine Meinung. Falls irgendwer nicht der Meinung ist, weil... Whatever. Ja, und es gibt viele Bands, aber... Die gut sind. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber die... Ich weiß nicht... Mir taugt die... Mir taugt die Aufmachung nicht. Was auch immer das heißt. Mir taugt... Mir taugt nicht, wie es... Präsentiert... Wie sie sie präsentieren. Ja, wie es präsentiert ist, wie es... Ich weiß auch nicht, was man machen kann. Ich weiß auch nicht, was... Ich sage jetzt irgendwas, okay? Weil ich finde zum Beispiel... Killer Liken. Eine Band mit Namen. Kenne ich schon lange. Ist eine gute Band. Das ist fix eine Band, die du nennen wolltest. So jetzt sage ich es. Klingt wie Architects. Ist auch für mich total okay. Weil es ist gut gemacht. Es ist tatsächlich objektiv... Gut gemacht. So, das unterschreibe ich. By the way, weil das ja auch eine Frage war. Irgendein... Irgendein... Guitarist aus... Aus der Szene. Also ich finde zum Beispiel der Steve-O. Ist ein Gitarrist, der... Der seine Sache legit gut macht. Und das ist nicht, weil er... Weil er shredet oder so. Sondern weil er... Weil er gut songwritet. Weil er... Weil er weiß, wie er das macht und so. Und das ist... Du hörst, dass es ausgecheckt ist. Und... Also ich gehe mal davon aus, dass viel vom Steve-O ausgeht. Weil ich das halt damals auch... Ein bisschen mehr noch mitbekommen habe. Aber... Ich weiß nicht. Ich... Ich finde halt... Ich weiß auch nicht, was mich... Was mich stört. Aber ich finde... Dass da halt irgendwie noch mehr geht. Und ich... Kann nicht genau sagen, was. Und es ist nicht unbedingt... Also... Kritik... Ist es vielleicht. Aber niemand soll... Jetzt auf einmal... Keine Ahnung... Glauben, dass er Sand in seiner... Ding haben muss. Ne, ich sag's nicht. Was? Was? Jetzt bin ich nicht mehr mitgekommen. Ja, du musst mich unterbrechen, Alter. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich finde halt... Es ist zu viel Freundschaft und... Es ist zu viel Freundschaft und... Und... Das ist auch okay. Also nicht zu viel Freundschaft, aber es ist... Es ist betitelt... Freundschaft ist betitelt als... Als irgendwie... Szene oder so. Und... Und das ist halt ein bisschen fake. Und... Ich finde, es gibt ganz andere Bands in Österreich, die... Die nicht groß sind. Also ich rede nicht von Belfig oder so. Die... Die Aufmerksamkeit verdient hätten. Und ich weiß nicht. Wie kommst du da rein in die Szene? So wer... Ja. Indem du befreundet bist mit irgendwem. Und... Bitte? Norikum. Kennt das irgendwer? Die... Zerstören alle. Zerstören alle. Und schon lang. Und... Die machen das schon lange genauso auf so einem Level. Und ich kenn die Typen auch nicht. Ich kenn sie nicht. Aber... Seid das der aus Graz? Ja. Na eben. Siehst du, man kennt sich ja eh. Ich kenn die Typen nicht persönlich. Aber die... Die holzen... Das ab. Irgendwann hab ich sogar ein Live-Video gesehen und so. Und... Das ist legit... Mutterficken. Entschuldigung. Aber... Und... Mama! Und es gibt genug andere Bands, die das halt nicht machen. Die sich... Weiß nicht. Zurbecken. Und dann das und glauben. Und... Ja... Keine Ahnung. Ich will nicht sagen, supported sowas nicht. Weil jeder gehört supported. Aber... Und ich weiß auch nicht, wen ich meine mit ihr. So supported's das nicht. Aber... Keine Ahnung. So... Die Illusion, dass es... Dass es irgendwie hart ist und... Ähm... Ein bisschen... Keine Ahnung. Jeder muss halt irgendwie schauen, wie er... Wie er rauskommt. Oder wie er groß rauskommt. Oder wie er... Keine Ahnung. Wie er... Wie er was aus sich macht. In dem er aus sich aus Österreich geht. Ja, aber wie willst du das machen? Geht's außerhalb checken? Oder wie du sagst, wenn es ein Freund... Du spielst ja nicht außerhalb. So, jetzt kommen wir wieder zurück zum Funny-Part. Du willst ja nicht außerhalb spielen. Und ich frau dich, äh... Underrated Band. In der... In der... Aus Österreich. Aus Österreich? Ja, okay. Pff... Was fällt euch an? Ich finde, Norikum ist eine underrated Band. Ich finde... Fuck. Jetzt fällt mir nichts ein. Also Metal-Bands. Ich finde... Keine Ahnung. Schwierige Frage. Was gibt's noch? Weiß nicht. Wie gesagt, alles, was man so kennt, alles, was hier... Und das ist gar nicht der Vorwurf an... Oder ist es ein Vorwurf an euch? Ich weiß nicht. Was ist eure Aufgabe? Bittet ihr nur die Kamera? Oder seid ihr quasi Musikjournalisten und müsst ihr irgendwen anderen einladen? Ich weiß es nicht. I don't know. Wir sind hier inside in the conversation. Wir bieten eine Plattform und schützen die Wartflöte an. Gut, dann ist es eure Aufgabe, dass ihr zum Beispiel Norikoman schreibt. Schreibt jetzt nicht sofort Norikoman. Ja, na gut. Norikoman kommt nicht. Wer fällt mir noch ein? Naja, vielleicht bringt das was, dass ich da sitze. Wer fällt mir noch ein? Mir fällt wirklich keiner in letzter Zeit... Wir haben ja auch nichts. Aber es gibt... Wirklich nicht wirklich mit dem Thema österreichische Musiker und Bands und so auseinandergesetzt. Das sind ja andere Prioritäten gesetzt. Warzone. Zum Beispiel. Geil. Verstehe ich. Reden wir über Call of Duty. Warum haben wir immer noch etwas gezeigt eigentlich? Ja, weil du eine andere Zeitzone bist, oder? Das ist richtig. Cool, glaube ich. Das ist komplett anders wie Wien. Traust du dich mit dem Eric spielen? Was träume ich? Mit dem Eric spielen. Mit dem Mr. Pharma-Face im Selb. Ja, fix. Das ist der President, ja. Aber da habe ich Angst, dass er dann mit wer zu mir wirklich kaum kommt. Ich glaube, der nimmt das Spiel ein bisschen zu. Ich hätte Angst, dass du zu viel rechtsradikales Vokabular aufschnappst. Ach so? Du saufst oft und dann im Suf, dann irgendwo wird gefilmt, Instagram-Story und dann... Und dann Häfen. Italienische Häfen. Italienische Häfen habe ich gehört, das ist super. Da gibt es Spaghetti, Prosciutto zum Frühstück. Du kommst mit dem Schädelbeckerl zurück. Mega, eigentlich. Und dann darfst du aber wild hart da, als Sänger. Ich sehe da jetzt nichts Negatives, ganz ehrlich. Ich auch nicht. Suche mir noch ein paar negative Sachen bezüglich Szene. Ist das schon mal aufgehören, wenn in Wien oder Umgebung Shows gemacht werden, dass da immer Minimum ein, zwei Bands immer die Söben sind? Ist das schon mal aufgehören? Ja, weil es, glaube ich, auch nicht so viele Bands gibt, oder? Ja, es wird wahrscheinlich schon mehr geben, aber das interessiert dann wahrscheinlich den Veranstalter oder wer halt immer was macht, nicht wirklich. Ja, aber das verstehe ich. Also zum Beispiel, wir mit Singletester machen es gerne so, dass wir unsere Shows groß, also einen Großteil... Besoffen spielen, ja. Besoffen spielen, auf jeden Fall. Besoffen spielen, auf jeden Fall. Und auch selber veranstalten, was meiner Meinung nach mehr Sinn macht, weil wenn du jetzt irgendwen suchst, der dir das jetzt macht und du als Band quasi abgezockt wirst, würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt halt auch solche. Es gibt natürlich auch welche, die auf die Band schauen, aber größtenteils wir jeder seine eigene Kohle machen, was logisch ist, aber wenn du als Band das Geschick selbst machst... Bleibt alles bei dir und es ist nicht so viel Aufwand. Nein, es geht jetzt nicht ums Geld, sondern du kannst erst einmal Bands einladen, die was du zum Beispiel underrated als fuck findest und sonst keiner nimmt und du kennst das zum Beispiel, die sagen, ja, schwierig, Chance zu kriegen, passt, komm zu mir, spiel dich schon und du sagst ja nicht, aber du verkaufst mit 60 Karten, weil sonst brauchst du bei mir nicht spielen, ne? Ja, dann musst du halt auch schauen, wie du, also dass die Leute, also dass du Bands nimmst, die doch irgendwen bringen. Ich meine, in eurem Fall kommen die Leute eh wegen euch, das heißt, ihr könnt, ich weiß nicht, meine Mutter einladen. Also, deine Mama hätte gerne einmal dabei, ne? Die schimpft. Darf ich dir mal einen Kaffee? Ja. Aber nicht, dass du dann weinst, wenn du mich Daddy nennen musst? Das ist kein Problem, wie gesagt, ne, das ist verschieden. Dann können wir coole Buddies sein, cool. Dann können wir uns öfters zum Spielen treffen. Zum Spielen? Mhm. Du gehst ja nicht raus aus dem Haus, das weiß ich ja von Florian, wenn die dich fragen, ob du fortfühlst oder proben willst. Ja, aber ich kann ja vom Haus kurz raushüpfen, Florian ist ein Outman, Florian führt mich zu mir und der haut mich wieder bei dir im Haus raus. Was? Geil, gell? Was war das für ein Rätsel? Was? Löse das Rätsel und du bekommst die Antwort. Es sind sieben Buchstaben. Ich kenne die Antworten. Alle. Ich brauche keine Antworten. Alle Antworten. Ja. Wie schaut es eigentlich aus mit deinem neuen Sick & Test 3 Album? Du als Producer? Ja, aber du... Hast du schon Songs geschrieben? Du musst mir zumindest Reefs schicken. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, Leute. Raffat... Produziert Sieg & Test 3 Alben. Seit Corona. Ja, stimmt ja. Seit Corona eigentlich, oder? Ja. Das heißt, die Gitarre kannst du mir... Du musst sie jetzt nicht abkaufen, wir werden sie sowieso probieren. Weil wir haben dann nämlich auch... Was eh... Wenn ich schon nach Wien fahre... Leute kennen mich... Kauf ich mir eine Gitarre. Kaufe ich mir eine Gitarre. Ja, ich verkauf sie jetzt nicht. Okay. Aber wie könnten sie holen für's Thumbnail? Weil dann kriegt sie sicher mehr Klicks. Ja, dann machen wir Werbung für wen der was eh isst. Soll ich schon genug Werbung haben? Voll. Brauchen wir nicht. Ja, dann... Weiß nicht. Was machen wir? Du könntest... Statt dem Kopf... Kopf ist eh keiner, kannst du... Weiß nicht. Wir könnten Bananen essen. Sind da. Wollen wir eine Banane essen? Ja. Ist schon aus? Nein. Dann können wir noch kurz eine Banane essen. Warte kurz einmal. Ja. Weil das Wichtigste in dieser Serie heute ist... Esst gesund. Schau, 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 schau. Schau, 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 schau. Ich wollt grad sagen, so öffnet mir eine Banane. Wie ist die Appentum? Ja. Weil dann hast du einen guten Griff unten. Und was noch wichtig ist, die weißen Fäden, die was bei dir jetzt auf der Banane picken, die was ja nicht allein zum Essen sind, fehlen. Die fehlen? Ja. Bei mir. Weil bei mir sind sie in der Schale. Bei dir sind sie offen zum Essen. Ist das... Warum isst du die Banane so? Wie soll ich sie sonst essen? Na ja, mit Schale. Das ausschaut wie Leiband. Schau davor, du wirst jetzt gefilmt und isst so die Banane. Ist jetzt gefilmt, oder? Von wen? Von... Von... Von die zwei da. Vom Cameraman. Und mein Gott, der ganze Mist wurde gefilmt. Er hat seinen Kameran geholt. Oh mein Gott! Ich liebe Erdbeeren. Ist eine Banane. Also... Aber auf jeden Fall bleibt es gesund. Esst Bananen und Vekamine. Ein bisschen, haben wir noch. Ne? Können wir ein bisschen Body-Talk machen. Peter hat auch schon hoch nochmal gezielt. Gut für den Peter. Schlecht für die Gemeinschaft. Was ist eigentlich... mit... ähm... deiner Gitarre, die du verkaufen möchtest? Verkauf es da. Ich habe ja 7-Seiter-Gitarre zu verkaufen. Mahagoni-Buddyflam-Möppeltop. 7 Seiten IMG-Donut nehmen. Deine 7-Seiter-Gitarre mit 7 Seiten? Mhm. Sind die dabei, die Seiten? Ja. Scheiße! Oh mein Gott! Inklusive! 700 Euro Verhandlungsbasis. 700 Euro? Wurde nur zwei Jahre lang produziert. Was ist Verhandlungsbasis? Na ja, wenn du mir ein gutes Angebot machst, dann sogar vielleicht auch ja. Was ist ein gutes Angebot? Das ist die Frage. Eine Banane ist immer gut. Scheiße, dumm, dumm. Na gut. Und was noch? Was kommt dazu? Was legst du drauf? Die legen immer was drauf. Und gratis und gratis. Und den Staubsauger gratis. Was? Eine Sick & Test Residee. Ein Treffen mit Raffat von Vildiarta. Mhm. Nein. Und einen gratis Fotoshoot mit Jörg Wager. Na sicher. Was noch? Und der Peter Gottepke wird den Kauf filmen. Und es wird dann unter Big Boys Salecast verkauft. Und ich produce es dann. Mhm. Aber Norbert muss es editieren, weil editieren tue ich nicht. Okay. Aber das heißt, ich muss für die Reefs schreiben, damit du das zusammenstickeln kannst. Und du schreibst Reefs und ich schick's dann einfach in Norbert weiter. Und was tut der Norbert? Der. Ah, die Frage ist ja, was tust du dran? Ich bin da. Du bist der Zwischenhage. Mann, also. Ich bin da, ja. Geil. Ich bin da, ja. Fett. Wie die, ja. Ich bin da. Erzähl mir noch irgendwas. Schnell. Okay. Ich bin schnell durch Karl auf. Ah, wie schreibt sich das? Da sag ich's. Ah, wir treffen sich beim Proben und schreiben Songs, so wie es jede Band macht. Wir sind jetzt, wir sind jetzt nichts mit der Hand, dass wir sie es im Tourbus zuschicken. Ach so? Wie schreibt sich das Songs? Wir sind jetzt auch bei dir daheim sitzen und schreiben. Du wirst schreiben großen Teils, sag ich mal. Ja. Und der Clemens. Na gut, der Clemens noch auch. Der drüber bleibt. So schreiben wir mal nicht meinen Songs. Ja. Weißt du, was Wildiater heißt? Na komm. Bin ich aus Schweden? Wie? Bin ich aus Schweden, dass ich was, was Wildiater heißt? Wirklich? Ja. Das ist, weil ich auch für ein Ikea bin. Ahahaha. Da haben wir gelacht. Was heißt Wildiater? Ich weiß ja nicht. Weißt du, was mit Sugar heißt? Ja. Was heißt mit Sugar? Mehr Sugar. Katapult. Oh mein Gott! Gibt es sonst irgendwas Wichtiges, was wir erzählen sollten? Play Jackson, fuck the rest. Aber bitte nicht solche komischen, was er da. Ich meine, sie sagen optisch cool, aber die Form ist jetzt nicht meines. Hakenkreuz. Was ist ein Hakenkreuz? Ja. Jo, you're fucking Swastika Jackson. You're fucking Swastika Jackson. You're fucking Swastika Jackson. Aber wo kriegst du die alle her? Diese super cool farblichen, diese Tidore Gitarre? Die Octopus hat ja auch gespielt zum Beispiel. Eigentlich habe ich alle schon in der Hand gehabt. Weißt du, was mein Ziel ist? Das sage ich dir jetzt noch, falls irgendwer da draußen das machen kann. Ich hätte gerne eine Gitarre. Also ich habe diese Gitarre bereits. Jetzt aber kein Norm. Nein, nein, nein. Jemand soll sie umfärben und diesmal nicht der Vintage, sondern ich hätte gerne einen so einen Prater, Xena, Conan, Frazetta. Das ist ein Künstler. So Retro, Sci-Fi, He-Man auf einer Gitarre drauf. Also falls das irgendwer, falls irgendwer irgendwen kennt, so was hätte ich gerne. Also Anna, der was, das sprayt quasi. Ich weiß nicht, ob das, das muss zeichnen, kannst du nicht sprayen. Ja, aber du. Das muss zeichnen, Alter, mit der Spraydose. Vielleicht auf einer Wand. Ich kenne einen Brasilianer schon, der kann da das zeichnen, der macht für uns mittlerweile oder ein paar Sachen. Der zeichnet selber. Und dann digitalisiert er da den Scheiß. Traut er sich? Mit dem können wir reden. Kann man, kann ich reden? Ja. Frage nochmal, Frage. Brasilien. Shoutout Brasilien. If you watched this. Gustavo. 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 Ich komme aus Brasilien. Ich komme aus Brasilien. Ich komme aus Brasilien. Ich komme aus Brasilien mit Wild Yata. Das war aber geil. Wild Yata in Brasilien. Können wir checken? Dann ist es vorbei, glaube ich. Mit Singletester zusammen und wir... Ach so, ja. Ich glaube wir sind... Mein Ziel für The Future. Ansonsten gibt es Wild Yata dieses Jahr. Wild Yata gibt es nächstes Jahr. Und noch mehr nächstes Jahr. Machst du keine Pause? Bitte? Machst du keine Pause? Wir machen keine Pause. Wir machen wirklich keine Pause. Cool. Und... Und... Ähm... Ja. Und falls irgendwer sowas zeichnen kann auf einer Gitarre... Dann... Ja. Hit the bell. Ja. Subscribe now! Slap! Ich spiele in Brenkirchen. Ja, aber das weiß ja keiner. Ich will nie wieder hören, was... Wie steht denn das in YouTube? Bitte? Da steht ein... Ja, weil es so geschrieben ist. So geil. Warum? Ja, weil... Thar. Oder? Fuck life hätte ich auch gesagt. Kennst du jetzt eine Brille beim Eiffen? Wieso... Wieso Seek and Destroy? Das ist wirklich... Das hat mich damals fasziniert. Ich dachte... Oh, da welche Trotteln... Nennen sich... Benennen sich... Nach einem Metallica-Song, der... Okay ist... Aber ja... Ich habe verstanden... Der Klaus und der Florian haben Liebe gemacht... Also haben sie eine Live-TV von Metallica bei einem daheim angeschaut... Mhm. Und haben sich dann gedacht... Hm, Seek and Destroy, klingt geil. So nennen wir uns. Deswegen heißen wir so. So unspektakulär. Ja, es ist immer unspektakulär, aber... Warum hast du jetzt eigentlich Brückenlachen? Ja, weil... Weil... Das ist passiert. Ich weiß nicht. Brulheimkirchen? Kommt irgendwer von dort? Nein. Gibt's dort viele Kirchen? Ja. Geil. Sehenswerte Kirchen? Mhm. So jetzt von Optik? Mhm. Die daneben... Eine, die daneben ist, in Bad Deutsch-Altenburg. Die ist super, giant, cool, satan... Alles. Die ist arg. Okay. Das ist jetzt. Ja. Die wurde noch ein Furze in die Kamera los. Achso. Achso, das ist die Kamera. Ja. Ja. Und das ist das Mikrofon. Was machen wir jetzt? Das war's. Wiederschauen. Viel Spaß! Du bist aufheilen. Hahahaha. Können wir noch irgendwas aufhältes Haft nicht machen? Ja, die hol die Kilo, oder? Nein, wir brauchen nichts mehr. Das ist klar, oder? Es geht mir irgendwas komplett aus.